Alter. Ich gehe jetzt wieder genau dahin, wo die Zaubies sind. Wo man die hört. Ach, leider geht es mit F3 nicht mehr. Ja. Ist da irgendein Spawner oder so? Ich hätte im Vater nicht mehr müssen. Ach, weißt du? Die 8 tue ich mir dann später wieder mal wegmachen. Natürlich wieder voll gut vorbereitet. 1, 2, 3. Mit was? Mit was? Ja. Ich muss sicher gehen, weil wir zocken hier ja auf hart. Ja, wir zocken auf hartes Merken. Der Creeper wird gesagt, was? Die Creeper? Was ist das? Hat er 10 Spawner oder was? Das ist so gut. Wie? 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 Ich sehe nicht alles recht gut und die Uhr. Also auch im Dunkeln meine ich jetzt zu. 3 die politik zu uns ich habe schon eine Idee was ich gemacht damit ich mir das merke wo der ist ich habe mich jetzt einfach stunden und sie hier kommen ist und wahrscheinlich nicht genau mehr und ich tut es die St es interessiert euch wahrscheinlich wenig und ihr seid sowieso nicht also bis und wer hätte es gedacht wir sind direkt aber ist rausgekommen toll ich finde ich gut ich kann mir was machen wie die Bitor unterzogen ihr werdet gleich sehen was ich mache BAM oh habe ich noch einen Stackkoppel natürlich nicht war ich doch schon da rechts ist jetzt eine Spinne ok ich denke mal das sehen wir oh hat das Viech Angst ja das hat ein bisschen viel getroppt vielleicht können wir uns bald schon eine komplette Ledausrüstung machen nicht ich bin glaub ich schon wieder über ein paar jetzt ich bin so ich bin zum Spaß für die Leute die das nicht verstehen und gute Nacht so und es geht weiter so ein neuer Tag erkennt so 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 gut ist jetzt auch nicht dass sie uns kommt das ist ein paar skristen die kommentare schreibt s und jetzt gesiedelt und wieder runter und wieder hoch und ich nehm irgendwie nur mit 30 FPS auf, stamm ich aber nicht, das lass ich lieber mal jetzt und so sieht das nicht geil aus und damit wir Koppel sparen, schaut sowieso keiner darunter Koppel nach der Koppel, wir gehen ein Koppel runtertauchen wahrscheinlich wird es dann bald irgendwie so, in einem Koppel, wenn wir wahrscheinlich so riesiges Haus fertig gebaut haben und ich hab ihn gerettet ich mach mal was und zwar so, ich nehm jetzt mit mehr FPS auf oder ok, ich lass einfach mal so ich kann dann später die Grafik wieder ein bisschen hochdrehen ok was wollte ich eigentlich machen auch stimmt, ich hab' euch auch vergessen, was ich machen wollte ich hab' euch vergessen zu sagen, was ich machen wollte ich mach gleich mal zwei Sticks fast so, so was wird das wohl werden was wird das wohl werden wir werden das wohl nicht fahren wir werden das wohl nicht fahren juhu, der eine Schnau hat auch so 5 muss ich hier opfern 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 8 ... oder ich Opfer 32 ... ... ... ... ja da geht es runter und da ist Clay hoffentlich ist der Part wieder nicht so asynchron wie der letzte oder die letzten zwei oder ich weiß es nicht Hallo Freunde Freunde der Nacht Guten Tag andere Freunde der Nacht da könnte ich vielleicht so ein kleines Haus draus basteln und da könnte ich dann eine Tür reinsetzen nein das sieht hässlich aus so zack oh jetzt habe ich irgendwie genau das gleiche gemacht wie vorhin egal das ist auch nur so ein kleines Haus da 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 Prozent das heißt es gibt mit mit Koppel der Stadt was das wie auch immer ist das ist auf der Schreibtisch herzelt dieses komische Teil schlankst du bist zuerst zäbisch ich künftig das ist spiel ist nicht so gut ein so ist nicht so und hier nicht abkommeln ich habe keine Brücke die ist das Wort hat er drüben und ich glaube ab hier findet man ihn, höchstwahrscheinlich. Mann, warum sieht man nicht, ab wann der kaputt geht. Egal. So. Und, ach, das war's jetzt eigentlich auch schon wieder. No, kommt die Spinne nicht rein. Spinne. Nö. Spinne. Egal. Okay, ciao, Freunde. Ciao, Freunde, die Nacht. Und Freude ist dunkelhaft. Die Kuh hat man voll gehört. Oder was auch immer. So, 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 so. Und jetzt beendet ich gleich die Aufnahme wieder mal. So, so. So, so. Und wir haben ja noch einen Steak in der Tasche. Also das ist kein Problem für mich. Da irgendwie. Fail. Oder? Ja, haben wir. So. Genau. Kacke. Ich schau noch mal, aber schnell. Okay, fertig. So, und jetzt müsste es eigentlich passen. Dann kann ich auch noch sowas hinbauen. Das irgendwie dumm aussieht. Und ich es deswegen wieder wegmachen. Ich kann übrigens auch von euch Adventure-Maps abnehmen. Das werde ich aber in einem extra Video nochmal genauer erwähnen. Wenn ihr eine Adventure-Map habt. Einfach eine PLN schicken. Oder einen Kommentar schreiben. Was auch immer, dass ich halt informiert werde. Oder Kanal, Kommentar. Okay, das ist eher schlecht. Es ist dumm, dass man nicht im Posteingang mitkriegt, dass ein Kanal Kommentar geschrieben worden ist. Oder dass ein Kanal Kommentar geschrieben worden ist. Das wäre noch cool. Vom neuen YouTube-Design. Kacke. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 19, 19 natürlich ja, 19 war ich. ein lieber aus und sie kommt nicht ich habe auch schon wieder eine relativ kurze Aufnahme aber ist jetzt nicht egal kann euch egal sein